Ton? Ton läuft. Kamera? Kamera läuft. Drei, zwei, eins. Servus. Vielleicht kennen Sie mich aus dem Fernsehen oder von der Bühne. Oder Sie haben vielleicht mal ein Buch oder ein Krimi von mir gelesen. Als Schauspieler, Musiker, Autor bin ich immer auf Achse. Also mitten im Leben. Ich bin Miroslav Nemec. Eigentlich brauche ich noch kein Hörgerät. Aber... Hören Sie das? Ich auch. Nur besser. Danke! Die war's. Ja! Christian? Was gibt's? Ja! 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 Daher!